So, hallo liebe Leute, heute gibt es mal ein bisschen bei ASSOC INFINITE, ich habe das von einem Kumpel bekommen, der hat diese neue Grafikkarte geholt hat und das dich brauch. Ja, bei ASSOC INFINITE, danke an Christian nochmal, los geht's. So, auf Englisch mit Untertiteln, also, falls nicht wundern, New Game. Ja, die Idee passt, alles ist auf normal, jetzt halte ich wahrscheinlich mal gleich die Klappe, aber jetzt kommt bestimmt gleich eine schöne Einleitung, hoffe ich mal, zumindest was wir bei ASSOC 1 so. Okay, are you afraid of God? No, but I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing, rowing. Rowing? I've planned on it. So you expect me to show them the burden? What's this? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No, I imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me, how much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do. We're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. There's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. We've arrived. Yeah. It looks like the engine from B1, but... ...it's fine. Oh. 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 It's totally too much. Uh, no. Controls? No. No. He's not moving. He will. Eventually. I suppose he does. And again the light. He's not moving. He's not moving. I'm moving. You're moving. And again the light. You might give him some comfort. At least that's something we agree on. Hey! Is somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Well, maybe there's someone inside. Oh. Das ist immer noch ein bisschen zu empfindlich, wir haben eine recht hohe Empfindlichkeit. Besser. Wahrscheinlich auch besser für euch, wenn ihr so zukommen könnt. Ich spiele einfach mal hier, 60 Bilder pro Sekunde stabil ist schon schwer. Ich spiele einfach mal hier. Ich spiele einfach mal hier. Das ist so schwer. Ich spiele einfach mal hier. Du willst uns einen Gehirn und weibber uns das. Das ist die letzte Chance. Das ist ein Sünder, okay. Is anyone here? Hello? It's good, when I'm dying, it's good, when I'm dying, it's good, when I'm dying, and it's good enough for me. The old-time religion, the old-time religion, the old-time religion, it's good enough for me. Also ich verstehe gerade, the old-time ninja, aber ich vermute mal nicht, dass ich das sagen... Hm, glättig groß... Ich habe ein anderes Problem, und zwar... Es gibt kein V-Sync, oder? Frame-Rate, wahrscheinlich ist das hilfreich. Ja, oh, besser. Shit! Das raucht noch, spricht aber jemand gerade hier. Was ist das? Das ist das. Warte mal ein Moment, das Karten... Gut! Was ist das im Mund? Was ist das? Der Fog? Was sah ich? Ich bin fast, dann. Die Montag. Oh nein. Das war ja klar. Das ist 1912. Raketen. Wow. Fuck. Oh, ne. Oh, ne. Es gibt einen Fallschirm.